Es sind jetzt die beiden Seen von oben. Die beiden Seen von oben. Die Hangkühe. Die beiden Seen von oben. Deren Fleisch du heute bleißen möchtest. Allein von den Kälbchen, die sie ja auch essen. Die beiden Seen von oben. Die beiden Seen von oben. Die beiden Seen von oben.